Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Interpreter Pattern. Das Interpreter Pattern ist ein Pattern, mit dem man Baumstrukturen sehr, sehr leicht und sehr gut auch darstellen kann. Und deswegen habe ich euch direkt mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar sind das, das ist einfach das Standardbeispiel in dem Fall, und zwar mathematische Gleichung. Gleichung in dem Fall bedeutet irgendwas relativ Komplexes. Ich meine, es ist nicht wirklich komplex, aber was komplex ist, ist, dass es aus mehr als nur einem Dingens hier besteht. Das heißt, es ist nicht nur 5 mal 3 und das Ganze als String übrigens noch, also nicht einfach nur so eine Gleichung, sondern es ist auch noch 5 mal 3 plus 2. So, und was man jetzt macht, ist, man teilt das Ganze auf in terminale und nicht terminale Ausdrücke. Expression, Ausdruck hier, aber beides sind natürlich interpretierbare Ausdrücke, deswegen diese Methode interpret. Und die wird jetzt vom Client einfach aufgerufen. Das heißt, der Client initialisiert sich eine nicht terminale Expression und ruft auf dieser einfach interpret auf. Das ist unsere nicht terminale Expression, die der Client hier reinsteckt. Und was jetzt passiert ist folgendes, nicht terminale Expressions, die halten sich einfach nochmal mehrere Expressions hier sozusagen intern in einer eigenen Datenstruktur, weil die können das ja nicht direkt auswerten. Das ist viel zu kompliziert. Es könnte natürlich auch noch einfach eine mega lange Gleichung sein. Und man muss natürlich Punkt vor Strich beachten und vielleicht Klammersetzung und sonst irgendwas. So, was diese Non-Terminal-Klasse allerdings machen muss, sie muss diese Zeichen hier mit einer Rangfolge belegen. Das heißt, mal ist in der Rangfolge weiter vorne als Plus. Sagen wir einfach mal, mal hat Reihenfolge 1 und Plus hat Reihenfolge 2. So, und wenn man jetzt auf diesem Non-Terminal hier Interpret aufruft, dann erstellt dieses Non-Terminal auch wieder eine weitere oder mehrere weitere Untergleichungen. In unserem Fall zwei Stück. Es schaut erstmal, welches von meinen Zeichen hat die höchste Reihenfolge. Das heißt, in unserem Fall mal hat 1, Plus hat 2. Und ja, das ist tatsächlich so gewollt. Es wird Plus hier rausgeschnitten und es wird aufgeteilt in zwei Gleichungen. Einmal 2, das ist eine terminale Gleichung. Das heißt, wir haben hier einfach nur noch eine Zahl stehen und einmal haben wir 5 mal 3. Das ist wiederum eine nicht-terminale Gleichung, denn ich kann nicht direkt aus dem String ein Ergebnis rausziehen. Also 5 mal 3 ist jetzt kein Integer. Das heißt, ich kann da nicht einfach sagen, das ist eine Zahl, sondern ich muss es nochmal als Non-Terminal-Operation hier reinstecken. Das heißt, ich kreiere mir einmal eine Terminal-Expression und einmal eine Non-Terminal-Expression. Und da sehen wir auch wieder, hier können mehrere Expressions drin sein, in unserem Fall jetzt zwei. So, was jetzt hier passiert, ist allerdings noch folgendes. Diese weitere, also auf den beiden wird natürlich Interpret aufgerufen. Das heißt, wir rufen auf 5 mal 3 Interpret. Und da kommt dann eine Zahl raus, in unserem Fall 15, was wir aber noch nicht wissen. Und dann wird plus 2, was auch wieder eine Terminal-Expression ist, also 2.Interpret sozusagen. Und da kommt 2 bei raus. Das funktioniert. Das hier drüben funktioniert noch nicht. Das heißt, man muss hier noch weiter gehen. Und zwar hier wird wieder der Baum aufgespannt. Und zwar hat man hier dann statt 5 mal 3, zieht man sich einfach dieses Zeichen wieder raus. Einmal 5 und einmal 3. Und dann kann man hier plötzlich Interpret aufrufen auf 5 und auf 3. Und es gibt mir jedes Mal wieder eine richtige Zahl zurück. Das heißt, wir haben im Endeffekt sowas wie was Rekursives, nur in einer Klassenstruktur, in einer Klassenhierarchie, nicht nur in Methoden drin. Und jetzt können wir hier sagen, okay, 5 und 3 und mein Zeichen ist mal. Na gut, das kann ich ausrechnen. Das sind 15. Also gehe ich wieder hier hoch. Das kommt also beim Interpretieren 15 raus. Und das hier kommt beim Interpretieren 2 raus. Das heißt, meine Gesamtinterpretation ist 15 plus 2, also 17. Und das hat der Client rausbekommen, als er dieses Non-Terminal erstellt hat und Interpreter aufgerufen hat. Ja, und das ist im Endeffekt das Interpreter-Pattern. Da ist wirklich einfach nur das, da man baut sich sozusagen eine Terminale Expression, äh, hier drüben, und eine Nicht-Terminale Expression. Und die eine muss sich selber weiter aufteilen, die andere kann direkt den Wert zurückgeben, den man gerne hätte. Okay, ich dachte an dem Beispiel ist es vielleicht deutlicher, was man hier machen muss und was nicht. Aber natürlich funktioniert es auch super für andere Strukturen. Also generell für die allermeisten Baumstrukturen muss man ja unterscheiden, Blatt oder Nicht-Blatt, also Knoten. Und, ähm, je nachdem, ob es ein Knoten ist, muss man dann natürlich weiter den Baum aufspannen. Okay, und ja, das war's schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!